Die Firma Loxan hat sich binnen kürzester Zeit im Bereich der Wasserschadensanierung, Neubautrocknung und Schimmelsanierung bis hin zur Abdichtungstechnik gegen aufsteigendes, eindringendes und drückendes Wasser im Hoch- und Tiefbau etablieren können. Das kompetente Team rund um Hubert Reichel ist Ihr verlässlicher Ansprechpartner, wenn Wasser an den falschen Platz gerät. Von der Beratung und Planung bis hin zur Ausführung von erdberührten Bauwerksabdichtungen steht Ihnen Loxan mit Rat und Tat sowie modernster Technik zur Verfügung. Loxan. Dichten mit System.